Ich gebe keine Heilversprechen ab und stelle keine ärztlichen Diagnosen oder bewerte einen ärztlichen Befund. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass meine Arbeit als Hypnosetherapeut, Energetiker nicht den Besuch beim Facharzt noch dessen Diagnose oder Behandlung ersetzt. Dies gilt auch für die Einnahme unter das Absetzen von verschriebenen Medikamenten oder Therapien. Im Zweifelsfall soll der Arzt konsultiert werden. Die Teilnahme an diesem Workshop liegt im Verantwortungsbereich des Teilnehmers mit freundlichen Grüßen Achim Enges. Hallo, ich begrüße euch zum Workshop Entscheidung Angstfrei. Dieser Workshop ist einmalig im deutschsprachigen Raum, denn er beruht auf langjährige persönliche Erfahrungen mit meinen Klienten. Er ist absolut praxisbezogen und wirklich einfach umzusetzen. Ich bitte dich, ich bitte euch, Notizen zu machen, weil ich hier wirklich in die Tiefe gehe und viele Informationen zum Thema Angst, Phobien und Panikattacken rausgebe. Ich werde recht schnell durch die Themen führen, weil es hier um sehr, sehr viele Informationen geht und ich möchte keine Zeit mit Füllkommunikation vergeuden. Worum ich dich nochmals bitte, ist, dass du dir Notizen machst bei den Punkten, die für dich wichtig sind. Das Ziel dieses Workshops ist, dass du hier für dich eine Strategie entwickeln kannst, um deine Ängste in positive Energie umzusetzen. Dieser Kurs soll zu eurem Anstoßpunkt werden, um eure Ängste wirklich anzugehen. Zum Ablauf des Workshops. Als Einstieg möchte ich euch einige Zahlen zum Thema Angst präsentieren. Dann schauen wir uns die Themen der Angstforschung an. Dann geht es in die therapeutischen Schulen, was hier als Lösung angeboten wird. Ich werde euch was über Bewusstsein und Unterbewusstsein erzählen. Und dann geht es in die Bereiche Furcht, Angst, Angst, Drama, Phobie, Panikattacken. Ich werde hier Fälle aus meiner Praxis präsentieren, damit ihr erfahrt, wo die Lösungsansätze sind, die ich mit meinen Klienten erarbeitet habe. Dann beleuchten wir die Themen Erziehung, Vererbung, Angst im Körper, also psychosomatische Reaktionen. Also im Endeffekt, wo die Auslöser von Angst herkommen können. Und danach springen wir dann in den Bereich der Lösungen. Da ich ganzheitlich arbeite, habe ich hier den Aspekt Ernährung mit reingenommen, den ich als sehr wichtig erachte. Eine Atemübung wird Bestandteil sein. Dann gehen wir in eine mentale Übung hinein und zum Abschluss kommt eine Meditation. Bevor ich weitermache, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Achim Enges. Ich arbeite als Hypnose-Therapeut und Energetiker in einer Praxis in der Nähe von Bern. Meine Klientel setzt sich zusammen aus Klienten mit Autoimmunerkrankungen und aus Klienten mit Angstthematiken. Und Angst ist natürlich ein Riesenthema. Wieso sage ich Angstthematiken? Weil die Klienten meistens auf mich zukommen mit ganz anderen Themen. Ich habe zu wenig Selbstbewusstsein, ich habe zu wenig Selbstwert, ich habe zu wenig Selbstliebe, ich habe Blockaden, ich habe ein schlechtes Karma. Das sind so die typischen Aussagen der Menschen, die mich kontaktieren. Und ich habe im Laufe meiner Tätigkeit als Hypnose-Therapeut festgestellt, dass sehr oft eine tiefsetzende Angst hinter den Minderwertigkeitsäußerungen steckt. Das hat mich dazu bewogen, diesen Workshop zu entwickeln. Mein Ziel ist es, vielen Menschen zu helfen, ihre Ängste zu überwinden, damit sie die Erfolge feiern können, die sie im Leben, ja, die sie verdienen im Leben. Zum Einstieg in den Workshop stelle ich euch zwei Klienten vor, mit denen ich arbeiten dürfte. Es ist so eine Manfred, 47. Manfred ist Jurist. Seine Angstspirale hat angefangen mit einem Jobverlust. Ich spreche hier von einer Angstspirale, die wirklich nach unten geht. Ja, Angst kann wirklich ein Leben zerstören. Also es kam zum Jobverlust. Dann kam die Zeit der Arbeitslosigkeit. Das hat natürlich sehr an seinem Selbstwertgefühl genagt, klar. Das ist auch völlig verständlich. Und wie es eben so im Leben kommt, kam eine Scheidung hinzu. Das hat ihn wirklich in die soziale Isolation getrieben. Manfred kam zu mir mit dem Thema Ansprechangst. Also er hat festgestellt, dass es für ihn fast unmöglich war, eine Frau anzusprechen. Ich habe mir das dann live angeschaut und muss sagen, er hat wirklich fast phobisch reagiert, wenn er vor einer fremden Frau gestanden hat. Ja, und versucht hat, diese anzusprechen. Das war für ihn wirklich das größte Problem zum damaligen Zeitpunkt. Und er hat erkannt, dass hier wirklich seine Blockade im Leben liegt. Seine Angst. Ich habe mit Manfred viermal gearbeitet. Also wir hatten vier Sitzungen und dann ging es plötzlich los. Also er hat sein Leben wirklich komplett, komplett herumgerissen. Er ist jetzt super viel unterwegs. Er hat viele Hobbys. Bergsteigen, Fallschirmspringen, Segelbootfahren gehört, glaube ich, auch noch dazu. Er hat sich ein komplett neues soziales Umfeld geschaffen. Und ich habe ihn gebeten, mir was zur Angst zu schreiben. Und er hat einfach geschrieben, ja, Angst hat mich gelebt. Heute lebe ich sie. Damit meint er, dass wenn er merkt, dass er eine Vermeidungsstrategie fährt, ja, dass er diese dann als Herausforderung sieht. Und es ist wirklich für ihn ein tolles Ergebnis, was er wirklich jetzt im Augenblick leistet, beziehungsweise alles hinbekommt, seitdem er diese erkannt hat, dass diese Angst wirklich die Lebensblockade war, in der er steckte. Jetzt zeige ich euch noch Julia, eine Klientin von mir. Julia kam zu mir mit dem Wunsch, an ihrem Selbstwert und Selbstbewusstsein zu arbeiten. Das war ihr Ziel. Im Vorgespräch äußerte sie nebenbei, ja, ich habe Angst vor dem Alleinsein. Und dann brach der Damm. Also, sie hat super schlechte Beziehungen geführt. Das waren reinste Eifersuchtsdramen im Wechsel mit Festhalten des Partners und Wegstoßen des Partners. Ihre Beziehungen wurden zum emotionalen inneren Krieg, den sie mit sich selbst ausgefochten hat. Das ging hin bis zur Selbstverletzung. Und ich habe dann, ja, Julia hat dann entschlossen, okay, wir arbeiten gezielt an dem Thema Angst vor dem Alleinsein. Denn dieses Thema hat sich so herauskristallisiert für mich, als Grundangst in ihrem Leben. Und nach sechs Monaten hat sie wirklich die Kurve gekriegt, ja. Sie führt heute eine stabile Partnerschaft ohne Dramen. Es geht sogar, ja, es steht sogar eine Familiengründung im Raum. Also alles sehr positiv. Und wenn sie heute das Gefühl bekommt, allein zu sein, ja. Also wenn die Angst kommt, fängt sie an, kreativ zu arbeiten. Also sie malt, bastelt, sie macht da einiges. Das ist für sie die Fokussierungslösung, um dem Angstgefühl nicht mehr zu erliegen, ja. Da haben wir also gezielt daran gearbeitet, dass sie wirklich sich anders fokussiert, anstatt dem Angstgefühl freien Lauf zu geben. Sie hat mir geschrieben, Angst ist die Glasscheibe, die mich zum Zuschauer gemacht hat, ja. In der Aussage ist klar zu erkennen, dass sie sich zur damaligen Zeit wirklich von ihren Emotionen versucht hat zu trennen. Ja. Also es hat sich wirklich eine emotionale Leere eingestellt, bis dann wieder, ja, das Gefühl der Angst zugeschlagen hat. Gut. Und jetzt möchte ich dir natürlich eine Frage stellen. Und klar, die Frage lautet, vor was hast du Angst? Und hier schreibst du bitte auf, was dir als erstes durch den Kopf geht. Lass dir ein wenig Zeit und schreib das bitte groß auf deine Notizen. Jetzt gehen wir weiter und ich werde einige Zahlen und Fakten zu dem Thema Angst präsentieren. Hierzu möchte ich sagen, dass die Zahlen sich je nach Quelle ein bisschen unterscheiden. Worum es mir geht, ist, dass es deutlich wird, dass das Thema Angst wirklich durch alle Gesellschaftsschichten geht. 13 Prozent der deutschen Bevölkerung leiden unter Ängsten und Panikattacken. Das sind rund 10 Millionen Menschen. Das Gesundheitsbudget an Behandlungskosten betrug im Jahr 2016 knapp 30 Milliarden Euro. Der wirtschaftliche Schaden, ja, wird beziffert irgendwo zwischen 50 und 60 Milliarden Euro. Und hier seht ihr auch, ja, dass jeder betroffen sein kann, denn 13 Prozent der Bevölkerung ist aus meiner Sicht eine recht, recht hohe Zahl. Das sind die offiziellen Zahlen der Krankenkassen. Die Dunkelziffer wird im Ergebnis noch um einiges höher liegen. Weiter geht es in die Angstforschung hinein. Die Angstforschung gibt es seit rund 120 Jahren. Die großen Erkenntnisse sind, Ängste sind klassifiziert. Es gibt, glaube ich, laut ICD 480 Ängste. Die Medizin hat festgestellt, Angst lässt sich körperlichen Krankheiten zuordnen. Das heißt, auch im Umkehrschluss, Krankheiten lassen sich auf Ängste zurückführen. Das schauen wir uns später im Bereich der Psychosomatik an. Ja, Angst kann krank machen. Das ist dann so die wichtigste Erkenntnis für mich in der Forschung. Die Psychologie versucht mit Medikamenten die Ängste zu dämpfen, was auch richtig und sinnvoll ist. Nur entstehen da drei Probleme. Medikamente haben immer Nebenwirkungen. Das kennt jeder, mehr oder weniger. Psychopharmaka und Antidepressiva, die hier verabreicht werden, haben natürlich auch ein Suchtpotenzial. Da streitet die Fachwelt noch drüber, aber es deutet mal alles darauf hin. Und ja, das Dritte, was natürlich absolut durchlegt, die Angst wird im Endeffekt nur gedämpft. Ja, sie bleibt im Grunde bestehen. Und grundsätzlich gilt für mich, die Forschung versucht hier das Thema Angst wirklich zu versachlichen. Ist auch als Anspruch gerechtfertigt für die Forschung, auch in Bezug auf Ergebnisse, ganz klar. Aber es geht an dem vorbei, was es ist. Ja, denn Angst ist eine Emotion, ein Gefühl, das einfach die Oberhand gewinnt. Schauen wir uns noch schnell die therapeutischen Schulen Angst. Da gibt es einmal die Verhaltenstherapie. Da wird der Klient in die Angst hineingeführt. Ist hilfreich. Wobei ich sagen muss, es kommt immer auf den Klienten drauf an. Es gibt Klienten, da ist es völlig unsinnig, sie wirklich in die Angst hineinzuführen. Das kann man auch anders da lösen. Das Nächste ist die Gesprächstherapie. Sie ist sinnvoll, wobei die Ergebnisse wohl zu München übrig lassen. Und ja, Biofeedback, da kann ich eigentlich nicht viel zu sagen. Das war mal in den 90er Jahren als das ultimative therapeutische Werkzeug. Ich kenne einige Kollegen, die damit arbeiten. Die Ergebnisse sind wohl auch nicht so durchschlagend. Und jetzt komme ich natürlich zur Hypnose-Therapie. Ich bin Hypnose-Therapeut und natürlich muss ich ja sagen, dass die Hypnose als therapeutisches Werkzeug hier Maßstäbe setzt. Gerade im therapeutischen Kontext, da kann sich jetzt jeder ein Bild von machen. Hier seht ihr eine Studie aus den 90er Jahren. Warum ist das so? Weil mit Hilfe der Trance und des Unterbewusstseins neue Lösungsmöglichkeiten gefunden werden können. Das ist super schnell und super effektiv im Vergleich zu anderen Therapieformen. Und ich als Hypnose-Mensch sehe die Erfolge im Endeffekt täglich. Ja, was ist Angst für mich? Angst ist für mich ein rein emotionales Thema und dafür gibt es eben keine Pauschallösung. Jede Angst, jede Phobie, jede Panikattacke ist einmalig und hat ihre eigene Geschichte genauso wie sie ihren eigenen Besitzer hat. Und so gibt es für mich auch keine Klassifizierung im wissenschaftlichen Sinne. Und ich weiß eben aus Erfahrung, ja, nicht jede Technik oder jede therapeutische Ansatz funktioniert bei jedem Klienten. Sondern ich sehe das wirklich als Individuallösung an, die hier erarbeitet werden muss. Ja, Angst ist der Ausdruck eines Webfehlers des Unterbewusstseins. Ja, für mich als Hypnose-Mensch ist es wirklich so. Wenn du hier das Unterbewusstsein und das Bewusstsein als Eisberg vorstellst, dieses Bild kennen viele, ja, schaut unser Bewusstsein fünf Millimeter über den Meeresspiegel hinaus und demgegenüber oder besser gesagt darunter liegt das Unterbewusstsein mit einer Tiefe von elf Kilometern. Dieses Bild oder dieser Vergleich kommt aus der Gehirnforschung. Das wird dort als Modell verwendet. Und nach dem letzten Forschungsergebnis liegt zum Beispiel die Geschwindigkeit, mit dem unser Unterbewusstsein arbeitet, bei 250 Millisekunden. Und unser Bewusstsein arbeitet mit einer Verzögerung von vier bis fünf Sekunden. Das ist eine Studie aus Tübingen, die das belegt. Und hier sehe ich halt auch die Schnittstelle. Wir haben vorhin festgestellt, dass Ängste emotional gestaltet sind. Und ich sehe da wirklich den Beweis da drin, dass unsere Emotionen viel, viel stärker sind als unser logischer Verstand. Als Beispiel mal ein Spinnenphobiker. Dem Spinnenphobiker ist es schon klar, dass seine Angst wirklich absolut irrational ist. Aber er ist trotzdem nicht in der Lage, ein Buch zu öffnen, in dem ein Spinnenbild ist. Das heißt, unser Unterbewusstsein ist der Schlüssel, um Ängste zu mindern oder aufzulösen. Denn da kommen sie wirklich her. Deswegen ist Diagnose ein sehr, sehr, sehr starkes Werkzeug. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Thema Angst. Ja, was ist das Ergebnis, wenn Ängste das Leben dominieren? Hieraus erfolgt ein enormer Leidensdruck. Es kommt zu falschen Entscheidungen, oft gegen Karriere, gegen Familie. Es kommt zur sozialen Isolation. Angst mindert einfach enorm die Lebensqualität. Und es vergehen im Schnitt sechs Jahre, bis sich Betroffene professionelle Hilfe holen. Also diese Zahl hat mich wirklich sehr, sehr erstaunt. Ja, das erste Thema, an das wir hineingehen, ist Furcht. Ja, Furcht ist die einzige Reaktion, die uns schützt. Da kennen wir eigentlich nur drei Reaktionen. Das ist hier die Flucht. Oder wir stellen uns zur Bedrohung. Das ist der Kampf. Oder wir machen nichts und landen in der Apathie. Also absoluter Stillstand. Da möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Das sind reine Ur-Schutzprogramme, die dort in unserem Stammhirn abgerufen werden. Die sind uralt und absolut fest verankert. Und als Beispiel gebe ich mal hier einen Error-Prank. Kann man auf YouTube mal schauen. Hier kann man sehr gut und deutlich wirkliche Furchtreaktionen sehen. Und nun geht es weiter zum Thema Angst. Was ist Angst? Ja, darauf gibt es tausend Antworten. Und für mich ist Angst in erster Linie ein Gefühlszustand. Da hole ich meine Klienten ab. Bei der Emotion. Da habe ich auch die besten Ergebnisse erzielt. Und grundsätzlich gilt, Angst ist ein Gefühlszustand, der uns nicht schützt. Angst ist das Spinnennetz. Das ist einfach mal so als Vorstellung, als bildliche Vorstellung, was dich gefangen hält. Ja, das ist ein tolles Bild, mit dem man toll arbeiten kann. Und jede Vermeidungsstrategie ist Ausdruck einer Angst. Ja, daran kann man so jede Angst erkennen. Und jetzt fliegen wir gemeinsam zum Angstdrama. Da bitte ich dich, sehr aufmerksam zuzuhören. Das ist das Angstdrama. Das ist ein Modell. Das habe ich entwickelt aus einem Dramadreieck. Das kennt man aus der Kommunikation, was auch sehr interessant ist. Dieses Modell ist sehr einfach gehalten. Und hier geht es um die Darstellung, wie eine Angst funktioniert. Denn wir müssen Sachverhalte verstehen, um sie wirklich nachher ändern zu können. Es hört sich komplexer an, als es ist. Und ich werde das nachher in einem Beispiel einfach mal erklären. Angst kommt als Erfahrungswert aus der Vergangenheit. Wir haben alle negative, genauso wie positive Erfahrungswerte in unserer Vergangenheit erlernt oder erfahren. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Erfahrungen in der Kindheit gemacht wurden oder heute. Und genauso wenig spielt es keine Rolle, ob diese Erfahrung bewusst oder unbewusst in uns abgespeichert wurde. Erfahrungswerte werden abgespeichert und an viele erinnern wir uns gar nicht mehr. Wer weiß denn schon, was ihm als Kleinkind mit zwei Jahren passiert ist. Das kennen wir, wenn überhaupt, nur aus Erzählungen. Oder man macht eine Rückführung bzw. Regression. Das biete ich auch an. Da kann man sich das dann genau anschauen. Wie kann es sein, dass dieser Erfahrungswert uns in der Gegenwart beeinflusst? Angst belastet euch oder dich im Endeffekt als falsche Emotion in der Gegenwart. In der Gegenwart macht sich die Angst bemerkbar als Emotion, als Gefühl oder als Gedanke. Das kennen wir alle, wie auch immer. Das spielt im Endeffekt keine Rolle. Wir reagieren völlig unterschiedlich darauf. Jetzt ist die nächste Frage, warum belastet uns eine Emotion, die wir in der Vergangenheit erfahren haben, in der Gegenwart? Und da kommt die Zukunft ins Spiel. Angst entsteht immer durch negative Gedanken in der Zukunft. Wir projizieren unsere negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit in die Zukunft und erzeugen dadurch eine negative Emotion in der Gegenwart. Um das zu verdeutlichen, mache ich das wieder an einem Beispiel. Ich stelle euch das wieder da. Johannes ist 14 Jahre alt, hat in Mathematik drei Fünfen geschrieben. Das ist ein Erfahrungswert. Mathe ist scheiße. Die Eltern finden das auch nicht toll. Das kennt jeder, denke ich mal, aus einem anderen Bereich. Jetzt im Augenblick lernt Johannes gerade für die nächste Mathearbeit, jetzt in der Gegenwart, die er in sieben Tagen schreiben wird. Da liegt dann die Zukunft. Und allein, wenn er an die Mathearbeit denkt, die er in sieben Tagen schreiben wird, wird er eine negative Emotion in sich hervorrufen. Negative Gedanken lösen negative Emotionen aus. Das ist wie eine Selbsthypnose, nur negativiert. Diese negative Emotion ist einfach gesprochen eine Angst. Eine ganz, ganz kleine Angst. Und im Kopf von Johannes geht das dann so los, nach dem Motto, ich schaffe das eh nicht, ich kriege das eh nicht hin. Das ist dann eine negative innere Kommunikation. Da kommen wieder die ganzen Selbstminderungsäußerungen raus, die uns begleiten bis ins Erwachsenenalter hinein und darüber hinaus. Da fängt an, dass eine Emotion wirklich kommuniziert. Das ist dann die innere Kommunikation, die daraus entsteht. Ich denke mal, das kennt jeder von uns in unterschiedlichen Situationen. Und mit jedem negativen Gedanken verstärken wir unsere Angst-Emotion. Es ist noch keine Angst bei Johannes, aber es kann zu einer Angst bzw. Phobie bis hin zur Panikattacke entwickeln. Das bedeutet, auch Ängste können wachsen und können sich verschieben. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Dieses Drama zwischen Erfahrungswert, negativer Gedanke und Emotion läuft mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit in uns ab. Ein Bruchteil von Sekunden. Als Beispiel noch ganz typisch die Frau, die beim Einkaufen an der Kasse, wenn plötzlich zu viele Leute da stehen, Atemmut bekommt. Hier sieht man dann die körperliche Angstreaktion. Denn die Menschen um sie herum sind in Wirklichkeit keine Bedrohung. Unser Unterbewusstsein macht es aber zur Bedrohung und sagt mit Atemnot nur, Hallo, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Das ist einfach nur ein ganz einfaches Beispiel. Aber es ist im Endeffekt genau das gleiche Schema wie bei Johannes. Nur läuft es bei der Dame nicht bewusst ab, sondern völlig unter dem Radar ihres Bewusstseins. Das sind Programmierungen, die völlig unbewusst ablaufen. Panik, Attacken oder körperliche Reaktionen sind völlig unbewusst, werden aber sehr, sehr bewusst wahrgenommen. Und da ist natürlich die Hypnose das Werkzeug schlechthin. Zurück zu Johannes. Er kann seine Gedanken noch steuern nach dem Motto, ich lerne gut, ich schreibe eine Eins. Dann wird er eine positive Reaktion hervorrufen und dann kriegt er natürlich auch eine positive Emotion. Und da klappt das auch mit der Klassenarbeit. Die Vorstellung in der Zukunft ist ausschlaggebend für unsere Emotionen, die uns in der Gegenwart erreicht. Und noch ein Gedanke von mir. Angst löst immer ein Verhalten aus. Und Verhalten, wie wir uns in der Situation verhalten, das können wir wirklich ganz, ganz einfach ändern. Und hier liegt schon ein ganz, ganz großer Schlüssel, um Ängste zu lösen. Aber dazu muss dir dein Angstverhalten natürlich auch bewusst werden. Und jetzt kommt eine richtig gute Nachricht, nämlich dass 97% aller negativen Vorstellungen treffen nie ein. Das heißt, wir fürchten uns wirklich, oder man fürchtet, oder viele Menschen fürchten sich vor Hirngespinsten. Ja, daraus lässt sich schließen, dass 90% aller Ängste absolut bedeutungslos sind. Warum ist das so? Wir alle denken 50.000 bis 70.000 Gedanken am Tag und davon sind 90% negativ auf uns selbst gerichtet. Warum ist das so? Was wir, das was wir einen Hang, ja, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade komplett aus dem Takt rausgekommen. Warum ist das so, dass wir einen Hang zum negativen Gedanken haben? Wir lernen im Endeffekt nur von negativen Erfahrungen, ja. Die Position, ja. Entschuldigung, wirklich, ich möchte mich gerade entschuldigen. Wir lernen im Endeffekt nur von negativen Erfahrungen. Ja, und deswegen gilt es grundsätzlich, sich positive Gedanken zu machen. Dann nenne ich mal ein Beispiel, wenn ich eine Grippe habe, für die meisten ist es ein Drama, man fühlt sich schlecht, das kennt jeder, alles ist scheiße, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Fieber, Nase läuft, das kennt jeder, jeder hat schon eine Grippe gehabt. Da denke ich mir, okay, eine Grippe, ich kann es sowieso nicht ändern, leiden tue ich sowieso. Also, ja. Starte ich einen Prozess in meinem Kopf und denke mir so, hey, wie geil ist das, mein Immunsystem läuft. Es funktioniert, ja, Fieber super, Nase läuft, der Körper reinigt sich, super. Bei autoimmunerkrankten Menschen läuft das nicht mehr, da wird, ja, das Autoimmunsystem komplett gedämpft. Und so kann man wirklich aus dem, ja, aus einer ganz negativen Erfahrung wirklich was ganz, ganz Positives herausholen. Ich spreche nicht vom positiven Denken mit den Affirmationen, ja, das ist kein gutes Konzept. Kann ich gerne im persönlichen Gespräch erklären, warum das nicht funktioniert. Ja, hier geht es einfach darum, nicht den Kopf hängen zu lassen. Sobald wir den Kopf hängen lassen, wird es im Endeffekt nur noch schlimmer. Also immer Kopf hoch und jetzt geht es zur Phobie. Fallbeispiel Phobie, Herbert 63 Jahre alt. Ja, Herbert hat als kleiner Junge eine schlechte Erfahrung gemacht. Beim Picknick mit dem Vater hat sich eine Spinne auf sein Knie verirrt. Ja, also er hat sich komplett erschreckt. Der Vater hat dann die Spinne schnell weggeschnippt und dann war alles in Ordnung. Nur ab diesem Zeitpunkt ist Herbert jeder Spinne aus dem Weg gegangen. Diese Vermeidungsstrategie hat dazu geführt, dass er im Laufe der Zeit zum Spinnenphobiker wurde. Herbert kam zu mir, weil er einfach nicht mehr, ja, in seine Garage gehen konnte. In seiner Vorstellung war die Garage voller riesiger Spinnen und allein der Gedanke, in die Garage zu gehen, hat ihn wirklich phobisch reagieren lassen. Also seine Atemfrequenz ist nach oben gegangen, Schweiß ist ausgetreten, Zittern, also wirklich das ganze Programm an körperlichen Reaktionen. Hier hat eine Vermeidungsstrategie über 50 Jahre funktioniert, bis eben die Phobie so stark wurde, dass er sich Hilfe gesucht hat. Wir haben das hinbekommen, er ist jetzt kein Spinnenliebhaber, sondern er kann ganz einfach mit Spinnen umgehen. Was kannst du als Betroffener machen? Hier solltest du dich wirklich langsam an deine Phobie herantasten. Also wenn du Höhenangst hast oder sonstige phobische Störungen, musst du dich wirklich Zentimeter für Zentimeter herantasten. Oder du machst natürlich einen Termin mit mir aus. Also trainiere mit dir und deinen Phobien. Wirklich, macht, muss man einfach angehen. Das wird auch gemacht bei Elite-Soldaten zum Beispiel. Die werden an die Angst herangeführt, an die Angstpunkte und dann werden die nachher weg trainiert. Und jetzt geht es weiter mit Panikattacke oder Angstattacke. Ja, da habe ich Helga gebeten, mir dazu eine E-Mail zu schreiben und ich lese sie jetzt ganz schnell vor. Es war Wochenende, da bekam ich plötzlich Atemnot, mein Herz schlug heftig und mir brach der Schweiß aus. Ich dachte, mein Herz würde stehen bleiben und ich müsste sterben. Ich wurde schnell ins Krankenhaus gefahren, wo ich untersucht wurde. Die haben dann gesagt, dass alles in Ordnung wäre und dass ich mir keine Sorgen machen müsste. Da habe ich mich beruhigt, bin nach Hause gefahren, die Angst war weg. Ich grinse hier, weil die Helga eine wirklich lustige Person ist. Grundsätzlich gilt es erstmal bei einer Panikattacke festzustellen, wie kannst du deine Panikattacke einstufen. Das ist so die erste Frage, die du dir stellen solltest. Und ist die Panikattacke lebensgefährlich in diesem Moment? Und das kann jeder mit einem Nein beantworten. Eine Panikattacke ist nicht lebensbedrohlich. Macht dir das bitte bewusst, auch als Betroffener. Natürlich ist es eine Erfahrung, die wirklich nicht gut ist, ganz klar. Aber eine Panikattacke oder eine Angstattacke ist nicht lebensbedrohlich. Für jeden, der nicht weiß, wie sich eine Panikattacke anfühlt, eine Panikattacke oder Angstpanik führt zu wirklich heftigen körperlichen Reaktionen, wie Herzrasen, Spindel, Übelkeiten und so weiter. Das ist eine ganz, ganz heftige Erfahrung. Trotzdem ist sie nicht lebensbedrohlich. Das muss man sich oder soll man sich als Betroffener wirklich bewusst machen. Und das zweite ist, den Auslöser der Panikattacke zu finden. Das ist wirklich wichtig. Also ich habe festgestellt, dass es oft eine Schilddrüsenfehlfunktion ist. Und ich bitte dich oder ich bitte euch, wenn ihr darunter leidet, klärt das bitte mit dem Arzt ab. Das wird sehr, sehr oft übersehen. Auslöser können auch sein Medikamente, zum Beispiel Antidepressiva, Herz-Kreislauf-Mittel, Beruhigungsmittel. Das alles können wirklich Auslöser sein für Panikattacken. Und ich möchte hier noch ganz klar erwähnen, Koffein, Nikotin, Zucker, da gehe ich später noch tiefer drauf ein, sind auch Auslöser für Panikattacken. Mit Helga zum Beispiel habe ich den Tagesablauf ihrer Panikattacke einfach Revue passieren lassen. Und es hat sich nachher herausgestellt, dass es die Tasse Kaffee am Nachmittag war, als Auslöser. Ja, hier hat sich wirklich bewiesen, dass Koffein der Auslöser war. Was ich für mich als Mentaltrainer, als probates Mittel herausgestellt habe, um einer Panikattacke oder Angstattacke vorzubeugen, oder wie man sie in den Griff bekommt, ist die Bauchatmung. Das ist hier wirklich ein super probates Mittel, um deinen Körper schnell zu beruhigen. Das werde ich nachher mit euch noch üben. Und ich habe mit einem jungen Sportler gearbeitet, seine Mentaltechnik, um eine Panikattacke zu umgehen. Das folgende, wenn er eine Angstpanik spürt, dann kniet er sich hin und drückt an der rechten Hand einen Schmerzpunkt zwischen Daumen und Zeigefinger. Das war so die beste und auch die praktikabelste Lösung für ihn. Und er lebt mit dieser Lösung richtig gut. Also eine Panikattacke oder eine Angstattacke übernimmt jetzt keine lebensbestimmende Rolle mehr für ihn. Also hier kann selbst jeder mit unterschiedlichsten Mitteln wirklich aus diesen Panikattacken, aus diesem Kreislauf herauskommen. Wie arbeitet eine Angst? Da geht es nochmal darum, zu zeigen, wie eine Angst arbeitet. Als Beispiel wird hier eine Zahnarztangst dargestellt. Diese Zahnarztangst lässt sich durch jede andere angstbediebiger setzen. Es geht los mit der Angst vor dem Zahnarzt. Das führt zur Vermeidung des Zahnarztbesuches. Die Folge ist der Verfall der Zähne, klar. Und das führt natürlich auch zur sozialen Isolation, Scham und Schuldgefühlen. Und dieser Kreislauf geht immer weiter. Die Zahnarztangst ist recht verbreitet, wobei es überhaupt keine Zahnarztangst ist. Wenn ich frage, hast du Angst vor dem Herrn Dr. Müller oder der Frau Dr. Müller als Beispiel, wird das natürlich verneint. Denn ganz klar, der Klient hat keine Angst vor dem Zahnarzt, sondern vor dem Schmerz oder dem Gefühl der Hilflosigkeit auf der Liege. Das bedeutet, man soll seine Ängste immer richtig hinterfragen. In diesem Modell wird auch nicht darauf hingegangen, wie die Angst überhaupt entstanden ist. Und das wird auch oft übersehen. Es wird einfach weggeschoben. Es wird nicht mehr danach gefragt, wo kommt irgendwas her. Sondern es wird direkt versucht, am Ergebnis zu arbeiten. Denn die Angst besteht ja. Die ist fühlbar. Und das ist für mich als Hypnose-Therapeut ein völlig falscher Ansatz. Sondern die Lösung liegt immer dort, wo der Erfahrungswert gemacht wurde. Vielleicht liegt das Grundproblem der Zahnarztangst in diesem Fall einfach darin, dass der Klient als Kind erzählt bekommen hat, wie schrecklich der Besuch beim Zahnarzt ist. Und ich bitte euch einfach mal so, eure eigene Kommunikation zu beachten. Und sprecht bitte mit euren Mitmenschen angstfrei. Also Menschen mit Geschichten Angst zu machen über irgendwelche Situationen. Es bringt nichts. Also einem kleinen Jungen zu erzählen, der Zahnarzt, wenn er bohrt, das tut weh und, 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 und. Das bringt wirklich nichts. Redet positive. Redet positiv in jeder erdenklichen Situation. Jetzt schauen wir schnell in die Erziehung und Vererbung hinein. Und dann natürlich, wenn die Angst zum Körper fest sitzt. Erziehung, Vererbung. Wenn die Angst zum Körper fest sitzt. Erziehung. Also wir übernehmen Ängste von unserem sozialen Umfeld. Und natürlich auch Verhaltensmuster schon als Kleinkind von unserem sozialen Umfeld. Das fängt schon als Embryo an. Wenn die schwangere Frau viel Stress hat, dann überträgt sich dieser Stress auf den Embryo. Der Embryo nimmt es als Signal wahr und erlernt schon im Mutterbauch, Mutterleib verschiedenste Reaktionen. Darunter auch Angst. Als Kleinkind übernehmen wir Verhaltensmuster unserer Eltern. Das ist so das soziale Umfeld. Als Beispiel, Anne drei Jahre geht mit ihrer Mutter spazieren. Die Mutter erschreckt sich vor einem Hund. Anne drei Jahre übernimmt dann sofort dieses Angstverhalten ihrer Mutter. Und wird immer ein komisches Gefühl haben, wenn irgendwann ein Hund auf sie zukommt. Diese Verhalten übernehmen wir bis zum Alter von zwölf Jahren, recht ungefiltert, von unserem sozialen Umfeld, direkt. Hier sieht man ganz klar, dass Angst natürlich auch anerzogen wird. Das zeigt sich dann als erwachsener Mensch, zum Beispiel mit Unsicherheitsreaktionen, mit Selbstzweifel und so weiter. Diese übernommenen Ängste werden dann oft zu Glaubensmustern, werden dann auch so bezeichnet. Und man kann eigentlich festhalten, dass ängstliche Menschen haben ängstliche Glaubensmuster, die ganz tiefen Unterbewusstseins sitzen. Jetzt geht es schnell zur Vererbung. Hier gehe ich auf die Epigenetik ein, ein Forschungsgebiet der Biologie. Sie untersucht die Änderungen der Genfunktionen, die nicht auf Mutation oder Rekombination beruht. Und dennoch an Tochterzellen weitergegeben werden. Hier hat Brian Diaz einen Versuch gemacht mit männlichen Mäusen. Er hat die Mäuse in ihrem Käfig mit Duftstoffen gesprüht und ihnen leichte Stromschläge verpasst. Irgendwann haben die Mäuse nur auf den Duftstoff mit Panik reagiert, also ohne Stromschläge. Ja, dann dachte sich der Brian Diaz, die armen Mäusemänner sollen sich mal ein wenig vergnügen. Die haben genug gelitten und die Mäusemänner dürften sich dann paaren mit wunderschönen Mäusedamen, die keine Duftstofferfahrung hatten. Das Ergebnis war, dass die Kinder der Mäuse sowie die Enkel der Mäuse auch auf diesen Duftstoff mit Panik als Angstreaktion reagiert haben. Daraus schließt die Forschung, dass Angst auch vererbt werden kann von Generation zu Generation. Soviel zur Vererbung. Jetzt geht es weiter. Wenn die Angst im Körper sitzt. Hier geht es darum, dass du verstehst, dass Angst sich körperlich zeigen kann. Stress erzeugt Unsicherheit und daraus entsteht Angst. Angst erzeugt Unsicherheit und daraus entsteht Stress. Auch hier entsteht wieder ein sogenanntes Angstdreieck und es geht immer darum, diese Dreiecke zu durchbrechen. Und das ist deine Aufgabe. Zum Thema Stress. Es gibt zwei Arten von Stress, den positiven und den negativen. Den positiven Stress kennen wir, wenn wir uns verliebt haben zum Beispiel oder wenn wir uns einer Sache ganz, ganz leidenschaftlich widmen. Dann kommt es zu positiven Stresshormonen, Ausschüttungen, das tut uns richtig gut, macht uns stark und auch emotional stark. Und es gibt natürlich negativen Stress, der führt zu Ausschüttungen von negativen Stresshormonen, die niemandem auf Dauer gut tun. Hier kommt es wirklich auf Dauer zu Erschöpfungszuständen und Erschöpfungszustände machen wiederum Angst. Falsche Ernährung führt auch zu negativen Stress und Angst. Dazu kommen wir aber später. Man merkt schon, hier gibt es auch wieder ein Dreieck. Alles hängt irgendwie zusammen. Und wenn man sich vorstellt, dass jemand jahrelang mit Stress bzw. mit Angst zur Arbeit geht oder jahrelang falsche Beziehungen führt. Einfach so als Beispiel bildet dieser negative Stress, der daraus entsteht, auf Dauer einen sehr, sehr hohen emotionalen Angstlevel bzw. Stresslevel. Da entstehen auf Dauer Menschen, die Tag und Nacht in Sorge und in Angst leben. Dieser Prozess geht schleichend und über Jahre hinweg. Und der steigt stetig an. Also hier wirklich Angst macht krank, Stress macht krank. Die Medizin nennt die Folgen psychosomatische Erkrankungen, die daraus entstehen können. Psychosomatisch, der Begriff setzt sich zusammen aus den zwei Wörtern Psyche. Das bedeutet Atem, Hauch Seele im Altgriechischen und Soma, das ist der Körper und der Leib. Psychosomatik hat nichts mit einer Gehirnkrankheit zu tun oder dass man verrückt ist. Hier fängt einfach an, so bezeichne ich das mal, die Seele oder unser Geist-Körpersystem anzuschreien. Diesen Schrei, darauf hören viele Menschen nicht mehr. Und wenn lange genug nicht darauf gehört wird, dann meldet sich dieser ungehörte Schrei über Krankheiten, die viele dann wieder pflegen über Jahre hinweg, anstatt über den Tellerrand zu schauen, und sich mal zu fragen, wo kommt das überhaupt her. Und hier ist einfach wichtig, sich zu merken, Angst macht krank und setzt sich im Körper fest. Ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin, die kam mit richtig starken Migräne-Problemen zu mir. Und als ich sie gefragt habe, wann die auftritt, wann genau die Migräne zuschlägt, hat sie etwas überlegt und kam dann darauf, dass sie jedes Mal, wenn sie sich mit einem Mann verabredet hat, die Migräne eine Stunde vorher zugeschlagen hat. Hier hat der Körper ganz klar gesagt, so nicht, meine Liebe, du schläfst heute Nacht nicht mit mir, oder du schläfst heute Nacht mit mir, Entschuldigung, sonst mit niemandem. Viele Grüße deine Migräne. Das ist zum Beispiel eine psychosomatische Reaktion. Und wie wir das aufgelöst haben, das bleibt mein Geheimnis. Entschuldigung. Zum Burnout. Burnout ist ein Überbegriff für viele Symptome, die sich Jahre vorher schon zeigen, bis irgendwann unser Körper, Geist, Seele geflecht sagt, jetzt Not aus. Für mich hat ein Burnout sehr, sehr viel mit Ängsten zu tun, denn ich weiß von Klienten, dass sie schon lange nicht auf ihre inneren Instinkte gehört haben. Wir wissen instinktiv, was uns gut tut und was nicht. Nur hören viele nicht mehr auf diese innere Stimme. Und das führt wirklich zu Burnout. Die innere Kommunikation läuft hier komplett verkehrt. Es werden völlig falsche Prioritäten im Leben gesetzt. In der Arbeit, in Beziehungen, also überall um uns rum. Hier wird auf Glaubenssätze gebaut, die völlig verkehrt sind. Und ich möchte euch bitten, ich möchte dich bitten, bitte beginn, hör wieder auf deine inneren Instinkte, so nenne ich das mal. Hör wieder darauf. Fühl wieder. Dann kommt sehr, sehr viel Klarheit ins Leben zurück. Und Klarheit ist das Beste, was dir passieren kann. Jetzt möchte ich ein Zitat von Martin Gerhard Reisenberg einfach mal zitieren. Auch wenn es nur im Unterbewusstsein kracht, die Magensäure ist schnell mit von der Partie. Das sagt sehr, sehr, sehr viel aus. Typische Krankheitsbilder, die sich über Angst wunderbar erklären lassen, sind ein Reizdarmsyndrom, Bauchschmerzen zu bestimmten Situationen oder in bestimmten Situationen. Genauso wie der Migräneanfall. Ich könnte noch ganz viele Krankheiten erwähnen. Das möchte ich nicht. Es gibt Mediziner, die sagen, bis zu 80% aller Krankheiten sind psychosomatisch erklärbar. Das würde heißen, dass viele Krankheiten Angst als Grundlage haben. Ich bitte euch, oder besser dich, schreib dir auf, welche Krankheiten oder körperliche Reaktionen du mit deinen Ängsten verknüpfen kannst. Jetzt schreiten wir fort in den Bereich der Lösung. Als erstes möchte ich dir einfach raten, sei dir stets bewusst. Nahrung ist der Treibstoff deines Körpers und deines Geistes. Und gerade hier ist ein Ansatzpunkt, der häufig einfach übersehen wird. Kümmere dich um eine sehr gute Ernährung. Dein Körper muss alles verarbeiten, was er aufnimmt, ob er nun chemische Stoffe oder stark stimulierende Reize aus der Umgebung aufnimmt. Das Beispiel, das kennt jeder, der mit Kindern zu tun hat, und wenn Kinder Süßigkeiten essen, drehen die sofort auf und fallen nach 30 Minuten in eine Unlust hinein, dann fangen sie an zu quengeln. Damit möchte ich euch zeigen, dass der Körper sofort auf alles reagiert, was man ihm zuführt. Dein Gehirn und dein Körper reagieren darauf direkt. Die Beruhigung des Körpers, somit die Angstreduzierung, beginnt mit der Veränderung der Stoffe, die du deinem Körper zuführst. Das werden wir uns gleich genauer anschauen. Ein anderer wichtiger Faktor, Schlaf, richtig schlafen, kein Handy im Bett, keine Ablenkung vor dem zu Bett gehen, nachmittags keinen Kaffee, Entschuldigung, nachmittags keinen Kaffee, da kommen wir auch gleich nachher noch hin, einfach alles, was du jemals über gesunden Schlaf gehört hast, bitte umsetzen. Dann empfehle ich dir Sport, Bewegungssport, Walking, Spaziergang, Fahrradfahren, sanfte Sportarten, Yoga, Tai-Chi und vieles mehr ist da möglich. Dein Körper, dein Geist werden es dir danken und deine Ängste werden es hassen. Das sind einfach nur Anregungen. Werdet ihr einfach bewusst, dass dein Körper und dein Geist in einer absoluten Symbiose existieren. Jetzt gehen wir in den Bereich Ernährung. Hier gehen wir jetzt ein bisschen näher drauf ein. Ernährung aus wissenschaftlichen Studien geht hervor, dass folgende Stoffe im direkten Zusammenhang mit Angst stehen. Koffein, Alkohol, Tabak und Zucker. Die Wirkung der verwendenden Stoffe ist klar belegt. Sie sind angstfördernd und lösen auf direktem Weg körperliche Anreize hervor. Koffein regt an, das macht uns wach und übersäuert uns gleich. Das bedeutet, dass alle koffeinhaltigen Getränke, Kaffee, Tee, Softdrinks, im direkten Zusammenhang mit Panik und Angstattacken stehen. Selbst kleinste Mengen Koffein sind lange Zeit im Körper nachzuweisen. Koffein hat im Schnitt eine Halbwertszeit von vier Stunden. Das bedeutet, dass erst nach acht Stunden der Körper eine Tasse Kaffee abgebaut hat. Daraus geht auch klar hervor, dass die morgendliche Tasse Kaffee durchaus für die mittägliche Angstattacke verantwortlich sein kann. Und da bitte ich dich einfach mal, deine Lebensgewohnheiten zu hinterfragen. Alkohol, Nikotin, klar, haben eine stressreduzierende Wirkung bzw. Nikotin nicht. Alkohol kann in Maßen eine beruhigende und entspannte Wirkung zeigen, ganz klar. Nikotin genauso. Alkohol, Nikotin kann für einen gewissen Zeitraum das Angstgefühl mindern, führt aber zu schlechtem Schlaf. Und schlechter Schlaf ist natürlich ein Zeichen, dass unser Körper sich in der Nacht nicht richtig regeneriert. Denn in der Zeit, wenn wir schlafen, reinigt sich unser Körper. Also alle Organe arbeiten im Endeffekt unter Höchstleistung, um Schadstoffe, Fette, Gifte, alles aus dem Körper herauszutreiben. Und Alkohol und Nikotin wird vom Körper als Gift wahrgenommen. Das hat zur Folge unsere Selbstreinigung, unsere körperliche Selbstreinigung wird dadurch gestört. Wir bilden mehr Schlacken, Fette, die sich absetzen usw. Das tut unserem Körper einfach nicht gut. Und das erzeugt wiederum Stress. Und wir haben gelernt, Stress hängt wieder zusammen mit Angst. Zucker, das was wir lieben, ergibt kurzfristige Energie und ist Grundstoff mittlerweile super vieler Nahrungsmittel. Unser Körper ist so ausgelegt, dass er ständig versucht, unseren Zuckerspiegel gleichbleibend zu halten. Durch seinen übermäßigen Konsum wird auch hier wieder der Körper in eine extremen Lage gebracht. Unsere Organe müssen wieder einen Ausgleich schaffen, wobei sie eigentlich für ganz andere Aufgaben reduziert sind. Das führt zu körperlichem Stress. Süßstoff, ja, Süßstoff, ganz, ganz schlimm, gaukelt dem Körper vor, Zucker zu bekommen. Kommt kein Zucker, kommt keine Energie, versucht unser Körper die Energie woanders wieder herzubekommen. Daraus folgen oftmals Fressattacken, Heißhungerattacken usw. Nach dem Motto viel Fett, viel Energie. Also unser Körper entwickelt dann plötzlich einen Heißhunger. Empfehlung für dich, ersetze Zucker und Süßstoff durch Schokolade mit einem super hohen Kakao-Anteil. Früchte, Bananen, Apfelsinen usw., Fruchtzucker wird langsam und gleichmäßig vom Körper aufgenommen. Einfach Zucker meiden und wirklich, wenn man auf Süßes steht, das bitte ersetzen. Durch andere Sachen, wie wirklich, also Bananen, Apfelsinen, Kakao-haltige Schokolade usw. Und jetzt kommen natürlich ja reine Empfehlungen. Klar, das rate ich jedem meiner Klienten. Also zwei Gläser warmes Wasser am Morgen zu trinken. Das heißt aufstehen, zwei Gläser warmes Wasser trinken und dann den Tag wie immer beginnen. Das ist eine Empfehlung von mir. Das macht den Start in den Tag absolut stressfrei und stressfrei bedeutet angstfrei. Über den Tag zwei bis drei Liter Wasser trinken, Kräutertee geht auch. Und für die Damen unter euch, das entschlackt, macht schlank und schöne Haut. Es macht vitaler und es nimmt auch noch Angst. Ja, ich habe gerade, ich habe oft gesehen, gerade ein Unternehmen, die ich berate, ja, dass viel Wasser getrunken wird und dann am Nachmittag steht das Red Bull auf dem Schreibtisch. Lasst dieses Red Bull, dieses Softdrinks bitte einfach weg. Das ist purer Zucker und es brennt euch auf Dauer wirklich aus. Probiert es aus, es ist super. Zehn Tage Wasser am Morgen, keine Softdrinks und ihr spürt eine richtig, richtig gute Verbesserung. eurer körperlichen, geistigen Konstitution. Als nächstes ist eine kalziumreiche Ernährung. Kalziummangel löst Ängste aus. Um einen Kalziummangel zu beheben, empfehle ich einfach eine kalziumreiche Ernährung. Das bedeutet ja, Hülsenfrüchte, Nüsse, Obst, Gemüse, Beeren, Brokkoli, Kohl, Spinat sowie Grässe oder Petersilie. Das sind so die Kalziumlieferanten, die wir uns täglich zuführen können ohne Probleme. Milchprodukte rate ich von ab, denn ich bin der Meinung, kein Mensch muss die Muttermilch eines anderen Säugetiers trinken. Jetzt gehe ich in den Bereich der Schüßlersalze. Schüßlersalze, da werde ich euch eine Liste zusenden. Ich schwöre auf die Wirkung dieser Salze und diese Liste ist im Laufe meiner Tätigkeit als Therapeut entstanden. Probiert das aus. Wenn da Fragen sind, bitte einfach eine Mail an mich. Dann kommst du da weiter, wenn du sagst, okay, das schaue ich mir genau an. Vitamin D3 ist ein Hormon. Meine Klienten berichten mir, dass nach richtiger Einnahme wirklich sich das innere Gefühl verändert. Ein Klient sagte mal, er fühle sich richtig gefestigt innerlich. Und das ist schon ein gutes Grundgefühl, um seine Ängste anzugehen. Natürlich ist das hier alles ohne Gewehr. Probiert das bitte einfach aus. Und jetzt wird geatmet. Ganz, ganz langsam. Atemübung, stressfrei Atem. Jetzt gehen wir zu einer mentalen Übung über. Ich bitte dich, dich einfach mal auf deine Atmung zu konzentrieren. Und ich bitte dich jetzt ganz langsam einzuatmen. Kurz den Atmen anzuhalten. Und ruhig und gelassen auszuatmen durch den Mund. Ja, und wenn du ausatmest, spürst du jetzt schon, wie dein Körper sich entspannt. Das Ganze nochmal. Durch die Nase ganz tief einatmen. Ganz tief in den Bauch, so tief wie du kannst. Halte kurz die Luft an. Eins, zwei, drei, vier. Und atme langsam durch den Mund wieder aus. Perfekt. Diese Übung solltest du trainieren. Es ist eine der effektivsten mentalen Übungen, die es gibt, um seinen Körper stressfrei zu bekommen, um zu entspannen. Ja, das geht auch wunderbar vor dem Einschlafen. Wer Einschlafprobleme hat, diese Übung siebenmal gemacht. Man merkt, wie der Körper sich ganz, ganz tief entspannt. Und wenn du dich jetzt daran erinnerst, ich habe dir am Anfang eine Frage gestellt. Vor was hast du Angst? Und jetzt, nachdem du so viel zum Thema Angst gehört hast, frage ich dich, vor was hast du wirklich Angst? Und ich weiß, jetzt steht da plötzlich was komplett anderes. Und ich möchte jetzt, dass du dir noch einige Fragen beantwortest, ja, um deine Strategie weiter zu verbessern, weiter zu entwickeln, um aus deiner Angst herauszukommen. Und hier geht es um das Prinzip der Bewertung. Da du jetzt die zweite Frage mit Sicherheit anders beantwortet hast, als die am Anfang des Workshops, geht es erstmal darum, deine Angst für dich zu bewerten. Und da ist die erste Frage, ist deine Angst situationsbedingt? Hier schreibst du bitte auf, ob es Situationen gibt, die deine Angst auslösen, beziehungsweise die deine Angst fördern. Als Beispiel, ja, einfach mal ein Gespräch mit dem Chef zum Beispiel. Oder beim Autofahren, beim Einkaufen, beim Schwimmen. Notiere dir hier bitte stichpunktartig, in welcher Situation du Angst hast oder Angst bekommst. Die zweite Frage ist, ist deine Angst ein reines Gefühl, ja, und wird dieses Gefühl durch ein Verhalten ausgelöst? Hier geht es darum, dass du für dich feststellst, beziehungsweise unterscheidest, ob deine Angst ein reines Gedankenspiel ist oder ob du schon emotional auf deine Ängste reagierst. Ja, manche Menschen reagieren auf ein Angstgefühl mit Emotionen wie Wut, Ärger, Traurigkeit, Besorgnis, Perfektionismus oder Kontrollwahn, ja. Das kann genauso ein Hinweis auf eine Angst sein. Schreib hier bitte für dich auf, meine Angst löst folgendes Gefühl in mir aus. Und einfach das, ja, was dir jetzt gerade einfällt. Ja, und danach bitte, und wie verhalte ich mich mit diesem Gefühl? Ja, was löst die Angst in dir aus und wie verhältst du dich? Und dann ist die letzte Frage, spürst du deine Angst körperlich? Also wenn du Angst hast, wie reagiert dein Körper darauf? Mit Schwitzen, mit Zittern, vielleicht Durchfall? Alle körperlichen Reaktionen bitte aufschreiben. Das ist wichtig, dass du die Fragen beantwortest, denn die Antworten sind nachher für die Meditation äußerst, ja, wichtig und ausschlaggebend. Jetzt gehen wir in die Gedankenstopp-Technik und danach zu einer tiefen, entspannten Meditation. Die Gedankenstopp-Technik besteht aus vier Schritten. Das erste, versuch zu visualisieren oder versuch dir ein Stoppschild zu visualisieren. Wenn du die Augen schließt, bitte mal einfach so die Augen schließen, mal ein Stoppschild vorstellen. Jetzt darfst du die Augen wieder öffnen. Wenn du die Augen schließt und dir das Stoppschild vorstellst, machst du bitte eine Faust. Jetzt machst du die Augen bitte wieder zu und machst eine Faust. Und drückst ganz fest zu. Jetzt öffnest du bitte wieder die Augen. Und jetzt stellst du dir vor, im Kopf, das kann man auch im Auto wunderbar machen, schrei ganz laut, auch wenn es nur im Kopf drin ist, Stopp. Das heißt, Augen schließen, Stoppschild vorstellen, Faust machen und ganz laut Stopp schreien. Und dann danach lässt du bitte ein schönes Bild folgen. Nochmal die Übung, Stoppschild vorstellen, visualisieren im Inneren. Eine Faust machen, hören, wie du innerlich Stopp schreist und dann lässt du bitte ein tolles Bild folgen. Zum Beispiel, wie du am Strand entlang läufst oder wie du spielenden Kindern zuschaust. Irgendwas, was für dich einfach was mit Schönheit zu tun hat. Es kann auch ein Blumen sein. Diese Übung, die mir jetzt dreimal durchgegangen sind, ich bitte dich, übe das trocken. Genauso wie deine Atmung. Es bedeutet nicht in diesem Moment üben, wenn du Angst hast, sondern fang jetzt damit an, fang morgen damit an, zwei, dreimal am Tag diese Übung wirklich durchzugehen. Das ist eine Gedankenstopp-Technik, die bringt dich einfach auf einen anderen Fokus. Und du sollst dich danach fokussieren auf ein schönes Bild. Und durch das Faust machen wird ein Anker gesetzt. Also Faust, Visualisierung, Stoppschreien, schönes Bild folgen lassen. Und du hast ja wirklich eine super Technik, mit denen du sogar mit Eifersuchtsdramen umgehen kannst. Alles, was dich emotional belastet, kannst du damit stoppen. Aber bitte diese Übung auch üben. Und zwar trocken. Also nicht erst im Moment, wo die Angst kommt oder wo die Eifersucht kommt, sondern wirklich vor. Wenn es dir gut geht, bitte üben. Drei, viermal am Tag, sieben, acht Tage lang. Es ist wirklich kein großer Aufwand. Das sitzt nachher bombenfest. Und ich habe, das ist eine ganz simple Technik. Viele kennen das bestimmt auch schon. Aber hier bitte nochmal, das ist eine mentale Übung. Und mentale Übungen laufen immer in einer leichten Trance ab. Also bitte visualisieren, Stopptafel vorstellen, Faust machen, hören, wie du Stopp rufst und ein schönes Bild folgen lassen. Absolut gute Technik. Ja. Und habe ich vorhin schon angedeutet, Veränderungsarbeit findet immer in Trance statt. Ja. Was ist da eine Trance? Ja. Ist im Endeffekt ein Zustand, das ist entspannt sein. Ist mehr nicht. Es geht ja nicht darum, dass man sich das vorstellt wie aus der Hypnose, dass man da komplett versunken sitzt. Sondern es geht wirklich um eine ganz leichte Trance. Und als Beispiel, wenn du dir vorstellen kannst, du sitzt irgendwo im Wartezimmer beim Arzt zum Beispiel und blätterst Gedanken verloren. Und ja, in Zeitschriften rum, du liest Überschriften, die dich wirklich nicht interessieren und Artikel, die, ja, die du im Endeffekt gleich wieder vergisst, ja. Kein Geräusch, kein Duft stört dich da im Augenblick, bis dein Name aufgerufen wird, ja. Das kennt jeder, ja, das kennt auch jeder, der schon mal eine lange Zugfahrt gemacht hat, ja. Ja, die Welt reißt oder fließt draußen vorbei und die innere eigene Stimme, die inneren eigenen Gedanken, die schweifen einfach ab. Das ist schon eine Trance, ja. So wirklich Ruhe, Gedanken schweifen lassen, da beginnt schon eine Trance. Und es geht hier wirklich nicht um die Tiefe, sondern wirklich darum, ja, dass man da einen Gedanken fangen kann, einen klaren Gedanken bekommt. Und ein klarer Gedanke kann wie ein Sonnenstrahl sein, der auf eine Wiese irgendwie, ja, wiedergespiegelt wird. Ein heller, klarer Gedanke, der alles verändert. Denn Veränderung geschieht nur im Inneren, denn da liegt die Kraft, die ruhig in uns wirkt. Veränderung geschieht wirklich nur im Inneren, mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen. Und in der Ruhe liegt die Kraft, ein ururaltes Sprichwort. Und jetzt möchte ich dir, dass du dir vorstellst, vielleicht liest du auch jetzt deine Augen, dein Atem geht ganz langsam und du begibst dich mit mir auf eine Reise. Ja, du spürst, ja, wie du dich entspannst, ja. Und vor deinem inneren Auge entsteht eine Welt und du befindest dich an einem Ort, vielleicht auf einer Wiese, ja. Vielleicht mit einem Sonnenstrahl. Und wenn du jetzt noch nicht die Augen geschlossen hast, vielleicht machst du das jetzt. Vielleicht bist du jetzt an einem Strand und riechst das Meer oder hörst die Wellen. Oder du stehst auf einem Berg und schaust den Wolken zu. Oder einfach an einem Lieblingsort, irgendwo. Es ist sehr angenehm, der Ort, wo du jetzt bist. Es geht dir gut, du fühlst dich gut, du atmest gut und du genießt es einfach nur zu sein. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie du dich umschaust und vielleicht nimmst du auch einen Geruch wahr. Oder du siehst etwas ganz Beruhigendes. Du fühlst dich ruhig und gelöst. Du schaust dich um und siehst einen Weg. Einen Weg, der zu einem Gebäude führt. Und du siehst, dass das Gebäude ein Tempel ist. Du beginnst langsam den Weg zum Tempel entlang zu gehen. Ganz langsam. Völlig entspannt. Und du folgst jetzt meiner Stimme. Und du beginnst darüber nachzudenken, was du bis jetzt über das Thema Angst gelernt hast. Und vielleicht hast du auch schon eine Strategie für dich entwickelt, wie du deine Ängste angehen kannst und lösen kannst. Du spürst bei jedem Schritt, den du machst, den Boden unter deinen Füßen. Du atmest frische Luft. Du fühlst dich wohl. Du gehst weiter auf diesen Tempel zu. Es ist dein Tempel. Dein innerer Tempel. Dein stiller Ort. Und jetzt stellst du dir vor, wie du vor diesem Tempel stehst. Vor dem Tor. Vor dem Eingang. Und du fasst mit deinen Händen an dieses Tor. Du streichst mit deinen Händen über das Tor. Und du spürst das Tor. Vielleicht ist es aus Holz. Vielleicht aus Glas. Vielleicht aus Metall. Vielleicht ist dieses Tor warm oder ganz kühl. Du fühlst jetzt die Beschaffenheit des Materials, aus dem das Tor gemacht ist. Vielleicht spürst du, wie glatt oder rau sich dieses Tor anfühlt. Und nun öffnest du das Tor. Du betrittst einen großen Raum. Einen Raum, in dem das Licht angenehm von den Wänden strahlt. Es ist angenehm warm und du fühlst dich, als wärst du an dem Ort angekommen, in dem du dich zu Hause fühlst. Du fühlst dich geborgen. Du fühlst dich geliebt. Du gehst in die Mitte des Raumes. Ganz langsam. Ganz entspannt. Dort, wo ein Gefäß in der Luft schwebt. Es ist ein Gefäß aus Kristallglas. Es schimmert und glitzert im sanften Licht des Raumes. Es dreht sich langsam und es schimmert verführerisch. Du gehst auf das Kristallgefäß zu und schaust es dir ganz genau an. Darin entdeckst du eine violette Flüssigkeit, ein Fluid, welches sich ganz langsam dreht. Und du beginnst oder in dir entsteht ein Gedanke loszulassen. Einfach alle Dinge mal loszulassen. Alles, was dich beschäftigt. Und du beginnst, persönliche Dinge in dieses Kristallgefäß zu werfen. Wie deine Uhr, deinen Schmuck. Und du siehst, wie die Dinge sich mit der violetten Flüssigkeit vermischen. Und du spürst, dass es sich richtig gut anfühlt. Denn du spürst, dass loslassen sehr, sehr angenehm sein kann. Und du beginnst, deine Kleidung in das Gefäß zu werfen. Und du beginnst, deine Möbel in das Gefäß zu werfen. Alle deine Möbel gibst du jetzt in dieses Kristallgefäß. Und du siehst, wie sich deine Möbel, wie sich alles wunderbar vermischt mit diesem schönen, lillernen Fluid. Und jetzt beginnst du, andere Dinge noch hineinzuwerfen. Zum Beispiel dein Auto. Alles, was dich festhält. Deine Wohnung, dein Haus. Und du entschließt dich jetzt, alles, was du besitzt. Alles, was dir gerade in den Sinn kommt. Alles, all das wirfst du in dieses Gefäß. Alles. Und nun stellst du dir vor, wie du deine Haut in dieses Gefäß gibst. Und du siehst, wie es sich mit dem lillernen Fluid wunderbar vermischt. Und du entscheidest dich, deinen Körper in dieses Gefäß hineinzugeben. Du siehst, wie sich alles mit der violetten Flüssigkeit verbindet und darin versinkt. Alles verschwindet in der violetten Flüssigkeit. in dem Kristallgefäß. In dem Kristallgefäß. Und es fühlt sich gut an. Also, die Erfahrung gibst du jetzt ab in dieses Kristallgefäß. all Deine Ängste, all Deine Sorgen, jeder Gedanke, der Dich belastet, alle Dinge, die Dich verletzt haben, alle negativen Erinnerungen, alles gibst Du in dieses schöne Gefäß, wie Deine Haut, wie Deinen Körper und Du siehst, alles vermischt sich mit der violetten Farbe, mit dieser violetten Flüssigkeit und es fühlt sich gut an und Du siehst, wie alles in diesem Wirbel verschwindet, Du spürst Dich frei, Du spürst Deinen strahlenden Energiekörper und nun spürst Du Dich, jetzt spürst Du Dich das erste Mal richtig, ohne Ballast, ohne einen Gedanken an irgendetwas zu verschwenden, Du spürst nur Dich, Deine Seele, das was Du bist. Nämlich ein Wesen aus Energie, ein Wesen aus Licht und Du fühlst Dich geliebt, geborgen, angenommen und doch völlig frei. Völlig frei von Ängsten, Sorgen und Nöten. Und es fühlt sich gut an, Du fühlst Dich frei und Du spürst jetzt die Energie, wie sie durch Dich hindurch fließt. Und Du schaust nach oben und siehst, dass ein silberner Lichtstrahl durch Dich hindurchleuchtet. Du merkst, wie dieser Strahl aus Licht und Energie Dich reinigt, die alle negativen Erfahrungen im Leben nimmt. Spür tief in Dich hinein, spüre in diese Energie hinein, Du fühlst Dich frei, geliebt und angenommen. Spür tief in Dich hinein, alle Ängste werden aus Dir herausgetragen, hinausgeführt in das Kristallgefäß. Und Du fühlst Dich, Du fühlst Dich richtig. Und jetzt stellst Du Dir vor, wie Du das Kristallgefäß nimmst und Du stellst es in eine Ecke Deines Tempels. Vielleicht verschließt Du es oder Du lässt es offen am Rande stehen. Du schaust es Dir nochmal an und weißt, dass es gut ist, alles loszulassen, alle Ängste zurückzulassen, alles dazulassen, was Dich festhält. Und es fühlt sich so gut an, frei zu sein, alles losgelassen zu haben. Und Du spürst, wie diese Energie, diese positive Energie in Deinem Körper Dich jetzt, Dein ganzes Leben lang mitbegleiten wird. Denn Du hast ja eine Erfahrung gemacht, die ganz, ganz tief für Dich ist. Und nun begibst Du Dich aus Deinem inneren Tempel hinaus, auf den Weg. Du kennst jetzt den Weg zu Deinem inneren Tempel und Du weißt, wie Du ihn immer wieder betreten kannst. Denn es ist Dein Tempel und jetzt kennst Du den Weg dorthin. Jedes Mal, wenn Du tief einatmest, das ist mein Geschenk an Dich, kannst Du ihn vor Deinem inneren Auge sehen, fühlen, riechen. Und Du hast jetzt gerade ein tiefes, tiefes Wissen erfahren. Und mit diesem tiefen, tiefen Wissen, das uralt ist, verlässt Du Deinen Tempel. Du gehst zurück an Deinen schönen Ort und schaust nochmal zurück zu Deinem Tempel. Und Du spürst, dass es gut und richtig war, Dir diese Hypnose, diese Meditation von mir anzuhören. Ich zähle gleich von Null bis Sieben und bei Sieben bist Du frei von Ängsten, Sorgen und wirst Dich freuen, wenn Du wieder im Hier und Jetzt bist. Null. Dein Unterbewusstsein und Dein Bewusstsein schließen sich zusammen. 1. Du fühlst Dich entspannt. 2. Dein Organismus regelt sich wieder so ein, wie es am besten für Dich ist. 3. Deine Muskeln nehmen wieder Spannung auf, die sie benötigen, damit Du Dich gut fühlst. 4. Du atmest in Deinem Rhythmus weiter, ganz entspannt. 5. Du wirst immer wacher und wacher und Du freust Dich schon darauf, wieder im Hier und Jetzt zu sein. 6. Wenn Du erwachst, wenn Du aus der leichten Meditation herauskommst, fühlst Du Dich fit, absolut energiegeladen und Du wirst Dich ab jetzt gesund und weiser ernähren, denn Du hast hier vieles erfahren über Angst. 7. Voller Energie wirst Du genau im richtigen Moment erwachen, nämlich jetzt. Du fühlst Dich gut und völlig mit Dir im Reinen, voller Energie und voller Lebensfreude, um Entscheidungen zu treffen, die für Dich richtig sind. Hallo, willkommen zurück. Es gibt noch viel, viel mehr, denn das, was ich Dir gerade in dem Workshop gezeigt habe, ist nur der Anfang, quasi die Spitze des Eisbergs. Stell Dir einfach mal vor, was würde es in Deinem Leben anders sein, wenn Du Deine Ängste gegen ein starkes Selbstbewusstsein tauschen würdest? Wenn Du ein spärenstarkes Urvertrauen hättest? Wenn Du den Anfang machst, Dein Leben in die Hand zu nehmen? Wenn Du die gleiche Entscheidung treffen würdest, wie Manfred und Julia? Denn Manfred und Julia, die haben sich einfach entschieden, sich professionelle Hilfe zu holen und das hat sich für beide gelohnt. Wenn Ängste Dein Leben bestimmen, gibt es zwei Möglichkeiten. Du machst weiter wie bisher, das Ergebnis kennst Du zu Genüge oder Du nutzt diese Chance für Dich. Ich biete Dir ein kostenloses Beratungsgespräch an. Nutze diese Chance für Dich. Schreib mir einfach eine Mail und Du machst mit mir einen kostenlosen Gesprächstermin aus. Wenn Du jetzt denkst, das bringt Dir nichts, dann ist vielleicht ein anderes Angebot für Dich interessant. Und zwar biete ich einen Live-Workshop Entscheidung Angstfrei an. Hier lernst Du gezielt Deine Ängste in positive Energie umzumandeln. Du wirst Deine Lebensprobleme in den Griff bekommen, weil Du lernst ehrlich damit umzugehen und das setzt ungeahnte Kräfte frei. Und diese nutzen wir dann. Du wirst das Geheimnis erfahren, wie man Selbstsabotageprogramme auflöst, denn nichts anderes sind Ängste. Sorgen und Ängste werden ab diesem Workshop der Vergangenheit angehören, denn Du wirst ein bärenstarkes Selbstwertgefühl entwickeln. Blockaden, innere Saboteure werden eliminiert. Du wirst Deine Lebensprobleme in den Griff bekommen, weil Du lernst ehrlich damit umzugehen. Sorgen und Ängste gehören damit der Vergangenheit an. Du wirst ein bärenstarkes Selbstwertgefühl haben. Blockaden werden der Vergangenheit angehören. Und Du wirst als Bonus einige Geheimnisse eines Hypnotiseurs kennenlernen. Entscheidung Angstfrei. Dieser Workshop Entscheidung Angstfrei ist wirklich nur für Menschen, die ihr Leben wirklich in die eigene Hand nehmen möchten. Die Entscheidung Angstfrei Workshop kostet 879 Euro. Der Workshop ist eine Investition in Dich, in Dein Leben, in Deine Persönlichkeit, in Dein neues Leben. Ich bitte Dich wirklich, auch wenn Du gerade denkst, ja, ja, klar, der kann viel erzählen, der will nur mein Geld. Ich gebe Dir eine Garantie. Bist Du mit dem Workshop oder den Ergebnissen nicht zufrieden, erhältst Du Dein Geld zurück. Nochmal. Bist Du mit dem Workshop oder den Ergebnissen nicht zufrieden, erhältst Du Dein Geld zurück. Und dieses Angebot kann ich nur machen, weil ich weiß, welchen absolut hohen Wert dieser Workshop hat. Gerade in der Persönlichkeitsentwicklung Ängste auflösen und zu lernen, wie Du diese in eine absolut starke Energie umwandelst. Das ist der Schlüssel und das Geheimnis, um wirklich ein Leben zu beginnen, was ich persönlich als Leben bezeichne. Ich sehe, wenn ich unterwegs bin, was für graue, ausgebrannte, tote Menschen leben, leben, welche nicht lebenswert sind. Und nutze diese Chance für Dich. Mach endlich Nägel mit Köpfen. Ich kenne so viele Menschen, die nicht den Mut haben, ihr Lebensbild aufzuhängen. Die nicht den Mut haben, ihr Leben wirklich, ihr Leben selbst zu gestalten. Und das finde ich wirklich sehr, sehr traurig. Du lernst mit Deinen Ängsten ehrlich umzugehen. Du wirst dadurch viel, viel authentischer und charismatischer werden. Du lernst Selbsthypnose und zwar richtig. Und jeder weiß, Selbsthypnose entfesselt die Kraft Deines Unterbewusstseins. Du lernst angstfrei zu kommunizieren in diesem Workshop. Du lernst angstfreie Körpersprache. Du wirst endlich die Veränderungsprozesse in Gang setzen, von denen Du immer schon geträumt hast. Hier ist das Zeichen, auf das Du schon so lange gewartet hast. Hier ist es jetzt. Du wirst Ängste, Stresszustände und Unsicherheitsgefühle mit neuen Mustern ersetzen, wie Gelassenheit, Zuversicht und Selbstvertrauen. Du wirst zu einem Magneten für alles, was Du Dir erträumst. Das ist einfach so. Der Workshop Entscheidung Angstfrei ist der einzige Workshop, der so in die Tiefe geht. In nur zwei Tagen wird sich Dein Lebensgefühl komplett ändern. Denn wenn die Angst weg ist, wirst Du alles in Dein Leben ziehen, was Du Dir erträumst. Weil Du wieder als lebendiger, energievoller Mensch ins Handeln kommst. Und wenn Du der Mensch bist, der schon jahrelang auf ein Zeichen wartet, hier ist es. Wenn Du an diesem Workshop teilnehmen möchtest, dann schick mir bitte eine Mail. Denn die Anzahl der Teilnehmer ist pro Workshop Wochenende auf zehn Teilnehmer beschränkt. Denn ich möchte hier mit Menschen immer persönlich auf höchstem Qualitätsniveau arbeiten. Und dieser Workshop ist rasend schnell ausgebucht. Sichere Dir jetzt Deine Chance auf einen Platz. Setz Dich bitte mit mir in Verbindung. Entscheide Dich nicht für ein graues Leben. Das führen schon genug Menschen da draußen. Schau Dich nur um in Deinem Leben. Nutze diese Chance für Dich. Du wirst selbstbewusster. Du wirst Selbstwert entwickeln. Du wirst charismatischer. Du bekommst ein unschlagbares Urvertrauen. Und Du lernst wieder zu entscheiden. Werde zu dem Diamant in Deinem Leben. Bitte bleib kein Kieselstein in Deinem Leben. Und nochmal. Bist Du mit diesem Workshop oder den Ergebnissen nicht zufrieden, erhältst Du Dein Geld zurück. Und denk immer dran, wenn Du das nächste Mal Auto fährst, Angst ist die Handbremse in Deinem Leben. Und es wird Zeit, dass Du sie löst. Und nun verabschiede ich mich. Ich freue mich auf unsere Begegnung. Und ich wünsche Dir viele gute Gedanken und viel gute Energie. Dein Achim Enges Dankeschön Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020